Ich stelle mir eher einen solchen Mann vor. Du kannst ihn ja fragen, ob er dich haben will. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich so grausam wäre, dich allein zu lassen. Es wäre mir aber lieber so, wenigstens zeitweise. Meine Spezialität sind Tresore. Das mit den Kräften ist erst langsam gekommen. Ich wollte auch schon mal zur Olympiade, aber nur wegen der Goldmedaillen. Gold interessiert mich nämlich. Aber dann haben sie mich wieder eingelocht. Warst du lange im Gefängnis? Ein halbes Leben. Ich bin sogar schon im Kitchen zur Welt gekommen. Das kann nicht jeder von sich sagen. Mensch, mit deinen Kräften kannst du doch ganz noch mal Geld verdienen. Nicht so schnell, Kleines. Ich heiße Steffi. Sonst bist du schnell alle, immer langsam. Ist schon eine tolle Chance, dass mir dein Vater den Trainerjob gegeben hat. Du darfst mich nicht enttäuschen. Sonst zahlt er nicht. Und wenn er nicht zahlt, dann... Das darfst du nicht. Ich will nicht, dass du wieder ins Kitchen kommst. Au, au, au! Au, au!